In diesem Video geht es um die besten Kompressoren. Der Qualitätssieger in unserem Kompressortest geht an den Scheppach HC53 DC. Der Leistungsstärke HC53 DC Kompressor mit Doppelzylinder füllt seinen 50 Liter Kessel innerhalb kürzester Zeit, dank der Ansaugleistung von 412 Litern pro Minute. Zwei Druckanschlüsse mit eigenen Manometern ermöglichen einen schnellen Werkzeugwechsel. Dadurch wird er sowohl für Hobbyheimwerker als auch für Profis zum praktischen Begleiter bei verschiedensten Arbeiten in Werkstatt, Garage und auf dem Bau. Der Kompressor wird an den standardmäßigen 230 Volt Stromzugang angeschlossen, was bedeutet, dass eine Starkstromleitung nicht erforderlich ist und der Kompressor problemlos auch zu Hause genutzt werden kann. Auch verfügt der HC53 DC über zwei Schnellanschlusskupplungen, jede davon mit einem separaten Manometer. Mit Hilfe eines Druckreglers kann der Druck an einem der Manometer voreingestellt werden. Mit seiner kompakten Größe von 91,41,568 cm findet der Kompressor in jeder Werkstatt seinen Platz. Zusätzlich verfügt er über eine praktische Fahrvorrichtung mit zwei stabilen Rädern und Handgriff für einen komfortablen und einfachen Transport. Der vibrationsdämpfende Standfuß aus Gummi garantiert dabei das rutschfeste Abstellen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Scheppach HC25O. Der ölfreie 24 Liter Kompressor deckt viele Anforderungen rund um Haus und Werkstatt ab. Dabei ist er nicht nur wartungsarm, sondern auch einfach zu transportieren. Fahrvorrichtung und 5 Meter Druckluftschlauch sorgen für einen komfortablen Arbeitsradius, leichten Transport und eine ordentliche Lagerung. Mit seinem 1100 Watt Motor und 24 Litern Kessel eignet sich der HC25O für die Verwendung kleinerer Druckluftwerkzeuge, die mit einer Ansaugleistung von 200 Litern pro Minute auskommen. Mit Hilfe der beiden Schnellanschlusskupplung können die benötigten Druckluftwerkzeuge schnell und einfach gewechselt und sogar gleichzeitig angeschlossen werden. Dadurch wird der Arbeitsprozess beschleunigt. Einfach anstecken und los geht es. Der Kompressor verfügt über eine praktische Fahrvorrichtung mit zwei stabilen Rädern und Handgriff für einen komfortablen und einfachen Transport. Der vibrationsdämpfende Standfuß aus Gummi ermöglicht das rutschfeste Abstellen. Während des Betriebes sorgt ein ab Werk eingestellter Druckschalter dafür, dass sich der Kompressor bei einem Kesseldruck von 6 Bar mit einer Ansaugleistung von 200 Litern pro Minute automatisch wiederfüllt, bis er erneut 8 Bar erreicht hat. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kompressortest ist der Metabo 160 6W Off. Handlicher 6 Liter Kompressor mit leistungsstarkem Motor für den universellen Einsatz. Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Niezangen. Einfaches Tragen und platzsparende Lagerung dank klappbarem Griff und geringen Maßen. Ölloser Kolbenverdichter, einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand. Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel und Arbeitsdruck. Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer. Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung. Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit auch beim Transport. Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.